ja hallo freunde es bleibt beim alten wir sind wieder hier und ja ich habe hier 6 chicken wings und die wollen gegessen werden natürlich allerdings habe ich mir was geholt und zwar es ist blairs deadsauce dieser mensch kann einen auf jeden fall übelst töten auf jeden fall habe ich gegensein geholt ja und wir wollen jetzt mal gucken so dass wir ein bisschen was da draufknallen dabei habe ich aber noch hier das ist chili pulver von suppen also von asia suppen das tue ich jetzt erstmal einfach mal darüber und das hier sind hot wings vom aldi aber ich finde die ziemlich geil und ja das hier ist wie auch vom aldi von den asia suppen da das chili gewürzt aber auch nicht so schlecht aber das hier ist natürlich die krönung also ich probiere das jetzt einfach mal ja ein bisschen mehr davon zu essen wie sonst also tue ich jetzt auf jedem mal einen tropfen drauf so gucken was passiert hat schon zu viel sein wer weiß das schon das ist auf jeden fall hot man ja 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 Ich habe es noch nicht mehr. Ich habe es noch nicht mehr. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Ich habe es noch nicht mehr. Das war nicht so gut. Oh 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 Es tut auf jeden Fall weh man Aber ich genieße es Also Wir haben 4 Uhr Die 6 Dinger habe ich runter gekriegt aber Ist auf jeden Fall schon ein bisschen tödlich Also mir reicht die Serv auf jeden Fall Also Serv muss schon fast nicht sein man Ich wünsche euch allen einen schönen Abend Haut rein Ich trinke erstmal ein Bier Das ist leider leer Aber es hört auch Relativ schön Es hört ein bisschen auf wieder Was soll mit Töcken auf? Es hört ein bisschen auf Also Wer scharf essen will Haut sich das rein man Das reicht Danke